Ich orte eine große Energiequelle innerhalb der Basis. Ihre Zerstörung würde möglicherweise zur Abschaltung der gesamten Anlage führen. Kallusk. Kallus. Was? Salamul. Er ist Salamul. Naja, wie auch immer. Ähm, okay, gut, dann wollen wir mal weiter. So, wo gehen wir hin? Wo gehen wir hin? Hier gehe ich auf Brandmunition, hier gehe ich auf Distript Munition. Also gegen Schilde und synthetische Feinde. Let me back. Hier gehen zwei ihre Wurst zurück, damit sie sehen, womit ich hier zu tun habe. Schau vor, sie geben den Vollidioten keine Waffen. Diese miserablen Schützen verpassen sonst nur einen ihrer Generatoren eine Breitseite, anstatt die eigentlichen Ziele zu treffen. Sobald sie endlich verstehen, wo meine Probleme liegen, werden sie mich hoffentlich nicht mehr verspotten, wenn ich um eine wenige Unterstützung bitte. Hier. Ja, okay. Das scheint ziemlich genervt zu sein. Mann, keine Feinde. Schade. Das ist extrem bitter, wenn hier keine Feinde sind. Gut, 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 gut. Wo geht's denn lang? Dann? Äh? Hä? Ähm, ja. Achso. Achso. Ich seh's. Ich bin Blindfisch. Natürlich. Oh, pass auf, den gebe ich jetzt einen Heddy. Den gebe ich einen Heddy, der sich gewaschen hat. So. Und, na? Baps. Jo, alles klar. Okay, gut, ähm. Nun wollen wir mal. Ihr macht jetzt schon was? Und, zack, 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 zack. Dann haben wir's. Komm, 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 komm. So. Hm, ja, okay, gut. Dann wollen wir mal weiter. Okay. Okay. Na, geht's jetzt seine Freundin petzen? Ah. So. Das haben wir auch. Palladium, zack. Muni. Zack. Ah, da, Medikit. Ah, da, ne, oh. Ah, da, ne, alles auf. Oh. Ah. Au. Und, zack, erledigt. Ja, mach das mal. Haben wir's? Hallo? Meine Güte. So. Aha, was haben wir denn hier? Ja, okay, okay, gut. Diese Schriftzeichen sehen ein bisschen danach aus. Aber nur ein ganz kleines bisschen. Wer die Predatorenfilme kennt, oder Alien vs. Predator, die sehen für mich ein ganz kleines bisschen echt danach aus. Aber nur ein ganz kleines bisschen, wie gesagt. Aus mir persönlich jetzt. Guuuut. Hm, ja, okay, gut, 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 gut. Oh Gott, hab ich dann später viel zum Schnallen eigentlich. Wenn ich das eigentlich so sagen würde. Ja, super. Ja, der beste Platz ever. Dann macht sie fertig. Zack. Ich geh in Frieden. Zack. Oh, ein Vulkaner. Total Arbeit. Hey. Oh, man, du mir da, du mir da. Was, 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 was. Hallo? Das war ein Überraschungsangriff. Auf deine, deine Fresse. Zack. So. Dann machen wir das mal. Resort. Dann nehmen wir das mal. Ja. equivalsschterschen. Ich bin notwendig. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Schcji. Ich bin nicht mehr. Weiß ich nicht. Wir schauen mal. Waffenerstellung des Blattbergs. Ausgeschnallte Walschsoldaten. Das Blattberg dezimiert. Erfahrung, ja. Munition für schwere Waffen. Mhm, herrlich. So, und schön rein. Explosive Container überlassen. Achso, wenn bei Explosiven Containerüberlassungen einsetzen, fällt die Detonation um einiges heftiger aus. Schön. Blöder Penner. Wirklich. Ich weiß das. Immer diese blöden Tipps. Ja, das ist schön, dass ich mich sehen möchte. So, gut. Okay, dann wollen wir mal weiter. Und zwar, und zwar, und zwar. Ähm, ja, wollen wir jetzt mal. Hier ein weiteres Portal. Deaktivieren. Wenn wir das dann auch fertig haben. Weil, wenn wir die ganzen Nebemissionen gemacht haben. Gut, ich hab's eigentlich wie in einem anderen Video auch mal gesagt, dass ich das eigentlich so machen möchte. Dass ich jetzt eigentlich die ganzen... ...anderen Quests, die Charakterquests, nenne ich die mal. ...Gefährtenabenteuer oder so. Eigentlich jetzt machen möchte, aber... ...ne, ich hab's eben... ...ich hab's doch anders gemacht. Ich hab's doch anders gemacht. Komischerweise. Aber naja, wie auch immer. So, wir landen auf diesem Planeten und dann mach ich einen kurzen Schnitt und... ...dann geht's auch weiter. Auf dem ich hier kurz gelandet bin. Na? Ja, okay, gut. Oder auch genau hier. Gut, hier mal einen kurzen Schnitt. Wir sehen uns.